Ich mach mein PC an, ich setz mich in meine Arbeit und bevor ich mich an die Arbeit setze, starte ich Black Desser, lass den Wasser sammeln und mach das Spiel klein. Also halt klein klein, genau. Das ist effizient. Ich hab da schon ultra viel Kochhonig, Alter, das ist ja schon richtig gut. Oh, Grafikkarten! Was, werden die schon präsentiert? Nein, aber ich hab nur eine Grafikkarte gesehen. Ach du Arschloch, du Arschloch, Alter. An sich wär's eigentlich egal gewesen, wie ich die Tasten wieder hätte reingemacht, oder? Ja. Weil ich weiß ja, wie sie belegt sind. Ja, dann seh ich was. Die nächste Tastatur, die ich mir kauf, hat einfach gar nix drauf. Ja. 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 Na gut, das heißt aber eigentlich, ich könnte mich für 20 Millionen auf Stufe 57 bringen, oder? Also müssen wir automatisch leveln. Du kannst nur 90 bis 99 Prozent machen, eins von beiden. Und danach, ja. Welche kannst du? Also entweder 90 oder 99 Prozent geht nur mit diesem AFK-Level. Den Rest vom Level Up musst du dann wieder machen. Achso. Na gut, das wär ja auch dann ein bisschen OP, weil dann kann ja jeder, der viel Geld hat, einfach... Ja. Na gut, das ist so, dass du auch Quests machen kannst, die Energie wieder herstellen. Ja. Ja. Ja, da gibt's aber auch so Dauer-Quests, die kannst du andauernd machen. Da wirst du uns vielleicht mal ne gute suchen, die keine Ahnung so 10 Energie wieder herstellt, was ganz schnell zu machen ist, und dann kannst du immer ganz viel... Wie komm ich an Likör-Essenz, Mau? Die kann man doch kaufen bei dem Mongo, oder? Nein, musst du auch kochen. Aus was? Weizenmehl, Apfel und Gärmittel. Na gut, aber anscheinend soll sich's lohnen. Ich muss jetzt aber erstmal Bier machen. Wut. ... Oh, 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 oh. 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 was los dass der irgendein musikinstrument spielen kann darüber reden die oh ich kann gitarre spielen war du nicht okay was warum ich so eine quest nicht machen kann weil wir das wissen von irgendwelchen npcs oder so fehlt dass ich dass ich mit dem einen der einen npc der will nicht mit mir reden naja ich kenne ich ja was ist das denn für eine scheiße